Was geht ab, Leute? Euer Fripsys hier und zwar heute mit einem neuen Video. Und zwar geht es hier in diesem Video um einen richtig krassen Giftcast zu Friendsglitch. Aber Freunde, bevor wir dazu kommen, wollte ich nochmal was loswerden. Und zwar sind wir kurz vor den 100.000 Abonnenten. Und Freunde, ohne Scheiß, teilt doch mal dieses Video mit euren Kumpels, mit euren Haustieren oder was auch immer, damit einfach dieses Video an Reichweite bekommt. Und vielleicht möchten ja sogar eure Freunde mich abonnieren. Also, falls ihr das Video hier seht, lasst mir doch auf jeden Fall ein Abo da und ein Like. Freunde, mich würde es außerdem auch riesig freuen, wenn wir auf dieses Video hier 2.500 Likes schaffen würden. Und Freunde, wie gesagt, helft mir einfach bei diesen 100.000 Abonnenten. Fehlen nicht mehr viele. Würde mich mega freuen. Und was ich nochmal erwähnen muss, es sieht wie folgt aus, Freunde. Ich habe derzeit ein Gewinnspiel am Laufen. Da könnt ihr einen Scarf-Controller, Unlockalls und Sharkcats gewinnen. Ganz easy, was ihr dazu suchen müsst. Ihr müsst einfach nur dieses Video hier liken. Solltet der Abonnent des Kanals sein und solltet die Glocke aktiviert haben. Und müsst Hashtag Ehreman unter diesem Video kommentieren. Außerdem habe ich noch heute Mittag ein mega krasses Video hochgeladen, wo ich mit dem Slack zusammen aufgenommen habe. Checkt dieses Video doch aus. War mega lustig, finde ich meiner Meinung nach. Also checkt dieses Video aus. Ist unten in der Videobeschreibung an der Endcard und in meiner Abo-Box. Ich denke mal, jeder sollte wissen, wo es auf jeden Fall ist. So, jetzt würde ich aber sagen, Leute, wir starten mal mit dem eigentlichen Video. So, Leute, als allererstes braucht ihr natürlich für diesen Glitch einen Freund. Weil es ist ja ein Giftcast-to-Friends-Glitch. Also Autos Freunden schenken. Dann sieht das Ganze noch wie folgt aus. Euer Freund erstellt eine Freundesitzung und ihr joint nach. Die Freundesitzung darf nicht euch gehören. So, habt ihr das Ganze jetzt gemacht, Leute, braucht ihr dann noch ein Straßenfahrzeug. Ist vollkommen egal welches, wie es aussieht oder was auch immer. Danach benötigt ihr einen MOC mit einem persönlichen Fahrzeuglager. Habt ihr das Ganze gemacht, Freunde, dann besorgt ihr euch noch einen LRG. Den könnt ihr irgendwo in eurer Garage lagern. Spielt wirklich keine Rolle in welcher. Dann müsst ihr noch Mitglied in einer Community sein. Und dann, Freunde, können wir auch schon mit dem Glitch starten. So, als erstes suchen wir uns mit unserem MOC eine Location, wo wir reinfahren, also die Falltaste nach rechts drücken, dass wir eine Reinfahranimation bekommen. So wie jetzt ich hier in diesem Fall. Dann, Leute, müsst ihr ein Straßenfahrzeug in euer MOC reinparken. Habt ihr das Ganze jetzt gemacht, benötigt ihr natürlich noch einen Kumpel. Der braucht natürlich sein Fahrzeug. Das Fahrzeug sollte ihr am besten irgendwo ein bisschen weiter weg von euch einfach platzieren. Danach, Leute, sagt eurem Kumpel, dass er aussteigen soll und dann kann er irgendwo anders weggehen. Am besten sollte er nicht in eurer Nähe sein, weil es dann manchmal dazu kommen kann, dass einfach keine Reinfahranimation mehr beim MOC kommt. So, jetzt ist das Ganze so. Ihr müsst euren Allergy vor eurem MOC parken. Nicht zu weit vom blauen Kreis entfernt und nicht zu nah vom blauen Kreis entfernt. Danach, Freunde, muss euer Kumpel, wie gesagt, das Fahrzeug ein bisschen einfach weiter neben euch parken. So, hat er das Ganze jetzt dort geparkt, steigt ihr jetzt in euren Allergy ein und dann drückt ihr die Falltaste nach rechts. Jetzt habt ihr eine schwarze Fehlermeldung. Jetzt kommt die Community an der Stelle ins Spiel. Denn, Freunde, ihr geht jetzt hin und joint irgendeinem in der Community nach. Ihr drückt auf Sitzung, beitreten. Sofort, nachdem ihr das gedrückt habt, spammt ihr die Falltaste nach rechts durch. Das drückt ihr einfach für 10 bis 20 Sekunden, sodass die Meldung einfach nicht verschwindet. Dann wartet ihr so circa 20 bis 30 Sekunden und dann, Freunde, kommt jetzt ein schwerer Schritt. Denn jetzt drückt ihr die X-Taste, dann hört ihr, wie euer GTA-Charakter aus dem Fahrzeug aussteigt. Und sobald er die Tür aufgemacht hat und theoretisch gesehen mit den Füßen auf dem Boden ist, dann, Freunde, drückt ihr Kreis bei dieser Meldung und danach rennt ihr zum Fahrzeug eures Kumpels und steigt ein. Ich erkläre euch das aber noch einmal. Also, ihr bekommt diese schwarze Fehlermeldung hier, danach, Freunde, drückt ihr einmal X und danach, Freunde, wenn ihr hört, dass euer Charakter ausgestiegen ist, ich mache das gerne so, ich mache mal 1, 2, dann drückt ihr Kreis. Nachdem ihr Kreis gedrückt habt, rennt ihr zum Fahrzeug eures Kumpels und steigt ein. So, jetzt ist das Ganze so, Leute, wenn ihr zu lange gebraucht habt oder diesen Schritt mit dem 1, 2 verkackt habt, dann könnt ihr in kein Auto mehr einsteigen. Dann geht ihr einfach hin, macht einfach Selbstmord und dann könnt ihr den Glitch erneut durchführen. So, jetzt zeige ich euch, wie das Ganze aussehen sollte, wenn es funktioniert. Und zwar, Freunde, haben wir jetzt erstmal die schwarze Fehlermeldung hier, dann gehen wir in die Community, nehmen dort eine Einladung an, spammen die Pfeiltaste nach rechts für 20 Sekunden und danach haben wir diese schwarze Fehlermeldung hier. Jetzt drücken wir X, 1, 2, Kreis, rennen zum Fahrzeug unseres Kumpels, steigen dort ein und danach bekommen wir so eine Reinfahranimation, sind dann im MOC. Mit dem Fahrzeug unseres Kumpels. Und jetzt, Freunde, kommt ein bestimmter Schritt, denn wir müssen jetzt auf jeden Fall, das ist sehr wichtig, wir müssen mit dem Fahrzeug einmal rausfahren, nochmal reinfahren in den MOC. Und dann können wir rausfahren und können es zu irgendeiner Garage hinfahren, wo wir gerne haben möchten. Und ich zeige euch halt nochmal, dass ich das Fahrzeug von meinem Kumpel bekommen habe. Ihr könnt ja das Ganze gerade hier im Hintergrund sehen und dann könnt ihr es auch in eine Garage packen, wo ihr halt möchtet. Zum Beispiel in eurem Firmengarage oder so. Und wenn ihr das Ganze dann gemacht habt, Freunde, dann könnt ihr den Glitch wiederholen, so oft ihr wollt. Ihr braucht einfach nur LRGs und dann könnt ihr so viel glitchen, wie ihr nur möchtet, Freunde. Und der Glitch ist auf jeden Fall super easy. Und das soll dann auch schon hier zu diesem Glitch gewesen sein, Freunde. Was ich nochmal erwähnen muss, heute Abend kommt ein mega Video um 19 Uhr. Seid aktiv, seid gespannt. Bleibt auf jeden Fall am Ball, Freunde. Und dann würde ich sagen, ich verabschiede mich jetzt hier mit diesen letzten Worten. Und dann würde ich mal sagen, haut rein, geht mit dem Flow, euer Frips. Ciao.